Ja, meine Freunde, es ist mal wunderschön, dass ihr daraus wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über den DFB-Pokal und den DFL-Supercup, über allgemein das Wochenende einfach. Wochenende-Rückblick hier von uns und zwar mit den Highlight-Spielen sozusagen für uns, besondere Spiele. Also sorry, dass wir jetzt nicht 40 Spiele, das kannst du jetzt wirklich vergessen, dass wir hier nicht 4 Stunden Video machen, vor allem wir. Oder ich, mir wird das ja auch immer vorgeworfen, dass ich dann kein Ende finde, aber es geht ja auch nicht anders, wenn es um Werder geht. Wir sehen bei der Prognose für die Bundesliga, die soll übrigens, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, ich werde es versuchen heute Abend vorzubereiten, morgen kommen. Eigentlich morgen. Da werdet ihr sehen, wer den Redeanteil hat, zumindest bei Werder. Also ich habe ja schon mal gehört, dass wir zwei quasi Strippen sind. Wir brauchen ja teilweise für eine Einleitung schon vier Minuten, aber gut, es gehört dazu, ihr mögt es ja. Ihr könnt aber vor allen Dingen eines tun, es ist für euch nämlich ein ganz kleiner Klick, ein riesen Support, wenn ihr den Daumen nach oben drückt und sehr, sehr gerne auch ein Abo dalässt. Wir gehen natürlich weiter in Zielrichtung 10.000 und sprechen jetzt, wie gesagt, einfach mal über den DFB-Pokal. Wir würden jetzt einfach erstmal mit dem Freitag anfangen, gab es vier Spiele, Wien-Wiesbaden, Mainz ist weitergekommen mit 3 zu 1, Württemberg Kickers gegen Hoffenheim, 5 zu 2, weiterkommen nach Elfmeterschießen, St. Pauli. Wollen wir da mal ganz kurz allgemein über die drei Spiele was sagen? Pass auf, gleich 3-2, St. Pauli gewonnen und Bayern 4-0. Jetzt kommt das Ding, diese 18 Uhr Spiele am Freitag, die drei. Ach du Kacke, Digga, ich dachte, was geht denn hier ab? Alles geht irgendwie in die Verlängerung, irgendwie jeder Außenseiter hat geführt. Ich war echt so im Moment, wo ich so dachte so, hä, was passiert hier, weißt du, also was geht hier ab? St. Pauli, jetzt am Ende 3 zu 2 weitergekommen, aber eigentlich standen ja schon vorm Aus. Bis zu 93. Minute hat ja Halle-Häfziger FC sogar noch geführt, 2 zu 1. Also da waren einige Überraschungen drin am Freitagabend. Also erstmal teilweise erschreckend, gerade in der ersten Halbzeit oder generell auch in der regulären Spielzeit, wie die Mannschaften aufgetreten sind. Wir haben ja immer wieder diesen Effekt, die sind halt noch nicht so im Wettbewerbsmodus wie die unterklassigen Mannschaften. Das ist häufig mal unangenehm, aber gerade bei Hoffenheim, muss ich sagen, war es schon sehr, sehr dünn, was sie da aufs Feld gebracht haben. Und man sagt dann am Ende immer, ja, glücklich, dass sie weitergekommen sind. Man muss aber auch sagen, und das kennt ihr selber, wenn ihr Fußball gespielt habt, mal in einem Pokal gegen unterklassige Mannschaften. Man sagt dann immer, ja, glücklich weitergekommen, aber du weißt genau, okay, ich muss mich jetzt anstrengen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Dann strengst du dich für diese Verlängerung, für dieses Elfmeterschießen an und dann hast du halt die Qualität, sodass du es gerade so noch schaffst. Das ist immer dieser Spruch, man hüpft nur so hoch, wie man muss. Natürlich ist es besser, das souverän zu machen, aber jeder, der mal Fußball im Pokal gegen Unterklassige gespielt hat oder gegen vermeintlich individuell Schwächere, die aber sich komplett reinhauen, kennt das aber. Und wenn es dann eben trotzdem reicht, dann weißt du, die haben sich eben nochmal angestrengt und das ist eben nicht nur Glück. Ja, absolut. Man muss ja auch sagen, dass einfach diese Galligkeit, wenn das in Drittligist oder halt tiefer, schafft, auf den Rasen zu bringen, dann spürst du das halt einfach und da hat natürlich der Underdog vermeintlich gar nichts zu verlieren. Es rechnet ja eh jeder damit, dass du rausfliegst, aber halt eben der Favorit hat extrem viel zu verlieren und ist daher von Anfang an unter Druck und noch nicht in Wettbewerbspraxis. Deswegen, das merkst du schon teilweise wirklich extrem. Es gab wenige Ausnahmen im DPP-Pokal im Allgemeinen, wo du gemerkt hast, okay, die Mannschaft ist schon voll da, voll auf der Höhe, da passt das. Aber gerade bei diesen drei Spielen, die um 18 Uhr da waren, habe ich echt gedacht, boah, das sah zwischenzeitlich ganz, ganz schwierig aus. Das, Pauli hat auch lange gebraucht, um wieder reinzukommen, auch Hoffenheim ganz, ganz crazy. Hoffenheim dachte ich, fliegt zwischendurch, dachte nur so, siehst du, vielleicht ganz gut sogar, dass die Loschek geholt haben. Mal gucken, was der jetzt da wird. Ist ja top, top Transjahr bei denen, ne? Anders aber dann... 18 Millionen, glaube ich. Ja, ja, mit Bonuszahlung dann noch irgendwie, ne? Da kann über 20 gehen. Wir werden ja morgen darüber auch dann detaillierter über die eigenen Klubs sprechen. Man muss immer aufpassen, dass man so eine Pokalauftritte sich dann nicht zu sehr auf seine eigene Prognose einfließen lässt. Aber ich muss echt sagen, Hoffenheim hat mich erschreckt, zumal ja Würzburg, glaube ich, Viertligist derzeit ist, ne? Ja, ja, also Hoffenheim war schon schwierig. Anders aber dann bei dem Spiel danach, bei den Bayern, da muss ich sagen, war ich sogar, ja, ich dachte eigentlich, ehrlich, nach, ich glaube, 14, 15 Minuten stand es 2-0. Da dachte ich, alles klar, die Nummer wird richtig hoch und die wird vor allen Dingen Ulm richtig wehtun. Gut, eigentlich für die Ulmer, dass A, die Bayern ein paar Dinger noch liegen haben lassen in der ersten Halbzeit und B, in der zweiten Halbzeit eigentlich so ein bisschen runtergegangen sind vom Gaspedal. Die Ulmer dann aber auch gut aus der Kabine rausgekommen, muss ich sagen. In der zweiten Halbzeit haben die schon wirklich sehr energisch gespielt, ein paar gute Konter zumindest gefahren, aber komplette Spielkontrolle bei den Bayern. Wie gesagt, die haben dann ja auch das so ein bisschen auslaufen lassen. Come on, nochmal in der 79. Übrigens Ulyssé, nach der Einwächslung, echt tolle Vorlage, ne? Hatte ja, das war ja das 3-0, hat sich da mal durchgetankt über rechts, hat mir sehr gut gefallen, wie mir gar nicht gut gefallen hat. Auch kann man sich schon mal so merken für die Prognose. Tell hat eine tolle Vorbereitung eigentlich gespielt, hat aber im DFB-Pokal echt kein gutes Spiel gemacht. Tell, Matthias Tell, der hat kein gutes Spiel gemacht. Dafür aber Müller, Müller, super Timing, auch wieder so diese Antreiber. Das war wieder der typische Müller, diese Tore alleine. Ja, es ist auch so krass, irgendwie bei Müller hat man immer so dieses Gefühl, ja, dieses Jahr wird der ja, weißt du, das ist, jetzt läuft es langsam aus, ne? Und dann hat er so Spiele dabei, wo du so denkst, so, an dem kommst du eigentlich nicht vorbei, egal, ne? Also von der Planung her. Er ist halt dieser Spieler, der einen immer genervt hat, denkst du, der ist ja eigentlich so gar nicht so stark, aber er steht immer richtig, er schließt so schnell ab, dass es, auch wenn es nicht schön aussieht, dann halt ein Tor ist. Ich weiß auch nicht, das ist schon ein Phänomen, der Müller. Aber, ähm, äh, ja, also war Standesgemäß... Pavlovich und Kimmich übrigens Doppelsex, ne? Wird auch mal interessant sein. Ach ja, und übrigens bei Kimmich, ähm, ich glaube, das war beim ersten Tor, ey, diese Ballmitnahme, also da ist mir fast einer abgegangen. Also das sah so nice aus, wirklich. Ja. Ja, war schon stark, muss man wirklich sagen. Ähm, äh, am zweiten Spieltag, sozusagen am Samstag, ging es weiter mit vielen Partien. Äh, wir können mal vor allen Dingen auf eine schon mal eingehen, Erzgebirge Aue gegen München-Gladbach, 3-1 ausgegangen, Aue sogar nach acht Minuten in Führung gegangen. Da dachte ich wirklich kurz, oh Gott, ich hab richtig so Flashbacks von letzter Saison gehabt bei Gladbach, ne? Ich dachte, oh Gott, oh Gott. Ich dachte auch, ich hab ja auch gesagt, Gladbach, das könnte so ein Bruchspiel werden. Ähm, ich glaub, ähm, wer war denn das? Weigel hat ja sogar noch einen Elfmeter dann später verschossen, ne? Ja. Digga, Kleindienst hat auch ein, zwei Dinger vergeben, wo ich dachte, den musst du hundertmillionprozentig machen. Also Honorar, bärenstark gewesen, äh, hat er auch den Ausgleich gemacht, das 1-1, hat aber auch eine Aktion gehabt, ey, der hat sich so durchgetankt, ne? Mit der letzten Kampf, du hast richtig gemerkt, der war am Ackern, spielt den Ball rüber auf Kleindienst und der macht so Faxen. Ich dachte, Junge, was geht denn hier ab? Aber, ähm, das war schon trotzdem sehr, sehr stark von Gladbach, dass du dann zurückkommst, weil wenn du eben 1-0 hinten liegst und lange, also bis zu 30, 34 Minuten, ähm, da gibt's schon viele Bundeslisten, die auch mal mehr ins Wackeln geraten. Hat Gladbach genau zum richtigen Zeitpunkt den Ausgleich getroffen, in der zweiten Halbzeit mit einem ganz anderen Gesicht nochmal rausgekommen, das 2-1 dann gemacht und dann später Deckel drauf mit 3-1. Muss aber zu Gladbach unbedingt sagen, äh, hast du das Abschiedsvideo von Karma gesehen? Nee. Oh mein Gott, Digga, das musst du dir reinziehen, das ist für jeden Fußballfan, egal von wo du Fan bist, ne, da kriegst du, da wirst du direkt emotional, also ich hab noch nie bei einem Abschied, also wenn jemand sich so verabschiedet hat, per Handy mäßig, ne, etwa eine so emotionale Rede gesehen. Am Anfang macht er noch kurz einen Gag, sagt dann, wenn er emotional wird, ne, dann musst du ihn ja immer auf lustig machen und du denkst so, hä, Digga, was, ne? Und auf einmal merkst du, wie Tränen kommen und der völlig auseinanderbricht, also so, ich kann keinen geraden Satz raussprechen mehr, total am, so schnürfenmäßig, ne, ich hab richtig mitgefühlt, also wirklich, ich weiß nicht, wohin jetzt Karma wechseln wird, ne, es gibt ja da auch Gerüchte, aber, ähm, super, super, äh, ehrliche Worte, das war total transparent, dass du hast, für jeden war das greifbar, konntest du mitfühlen, deswegen da auch nochmal ganz, ganz viel Liebe an alle Gladbacher Fans, die es auch gesehen haben, wahrscheinlich auch mega traurig waren. Und vor allen Dingen in allererster Linie ganz, ganz viel Glück für Chris Karma, egal, wohin er jetzt wechselt, ablösefrei kann er ja dann gehen jetzt, ähm, ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Brett gewesen. Deswegen schön mit den drei Anstern. Gladbach hat ja auch direkt Stöger von Anfang an gespielt, ich bin mal gespannt, wie das in der neuen Saison wird mit ihm, weil ich halte ja sehr, sehr viel von ihm, also ich glaube nicht, dass er underrated ist, aber ich, man denkt so, bei den Fähigkeiten müsste der, hätte der eigentlich schon höher spielen müssen, ich bin gespannt, äh, wie das jetzt bei Gladbach sich so ausgeht. Absolut, äh, ich knalle euch mal kurz die anderen Ergebnisse hier auch rein, Götter Fürth weiterkommt 2-0, Heidenheim 4-0 übrigens auch sehr souverän, also, Ja, ja, sehr souverän. Das, äh, muss man auf jeden Fall sagen, war natürlich auch gegen Willingen, ne, aber trotzdem, 4-0 ist erstandensgemäß. Äh, Schalke gegen Aalen 2-0, ähm, auch da, ne, äh, da gab's aber einige Chancen auch für Aalen. Ja, es war, im Prinzip, man sieht's ja auch, vier Schüsse, keinen aufs Tor, es waren halt so Konteransätze ja auch da, wo du gesagt hast, oh, mal gucken, aber Schalke hatte schon das Spiel auch im Griff, äh, klaren Spielanteile auch gehabt, ähm, bei, auch wieder witzig, ne, Tobias Mohr auch wieder getroffen, der war ja eigentlich schon mal so gut wie weg oder halt, ne. Der blüht jetzt auf. Ja, richtig, genau, der, also, super für ihn eigentlich. Lauter kam 2-1 weiter, äh, mit rosa Karte, auch sehr, sehr krass, Freiburg 4-0, übrigens bei Freiburg, bei dem 4-0, ähm, hat Adamo einen Doppelpack gemacht, der letzte Saison ja so wirklich völlig außen vor war, äh, beim zweiten Tor war auch so ein Kuddel-Muddel-Tor, aber das hat er echt, äh, konnte er ein bisschen aufmerksam machen. Wird spannend, ob der diese Saison dann auch, ist ja so ein bisschen Neustart jetzt, ne, mit Julian Schuster als Trainer, wird sehr, sehr spannend, ähm, und dieser, äh, Ockbus, ähm, ganz junger Spieler, auf der rechten Verteidigerseite auch eingewächst, bin ich auch mal gespannt, wie der wieder integriert wird, äh, die haben ja auch immer mal wieder interessante junge Spieler dann mit dabei, Osterhage mit verpflichtet hat, auch direkt gespielt, bei übrigens bei Osnabrück war es eigentlich wieder so wie immer, ähm, die haben ja immer noch Koschinat als Trainer, so wie du es ja letztes Jahr auch schon immer gesagt hast, eigentlich nach vorne manchmal gar nicht so schlecht viel Aufwand betrieben, aber einfach nicht eiskalt vorm Tor, ne? Ja, absolut, ähm, ich weiß, was auch sehr, sehr spannend war, RW-Essen, ähm, die haben mich gefühlt. Also ganz kurz, ich wollte es noch mal, ich wollte es noch mal kurz, äh, wieder, äh, hinterlegen, 18 Abschlüsse hatte Osnabrück, ne, Freiburg 16, also, äh, das ist so, es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre von Osnabrück. Ja, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Saison gerade zum Ende auch oft angesprochen gehabt, ähm, aber bei RW-Essen, äh, die haben gefühlt gehabt gegen Leipzig, ey, ich hab das Spiel gesehen, ne? Zweite Minute. Ja, ich dachte, ne, ey, ey, wenn die das ziehen, wie krass wär das, ich war so ein Essen-Supporter an dem Tag, ne? Ich hab so gehofft, aber man hat schon auch gemerkt, der Leipzig, auch dieses Tempo einfach, also, wenn die da mal wirklich so angezogen haben, äh, Schechko in der zwölften Minute, aber auch Rupenda dann vierzigste, dann muss ich sagen, war das auch lange Zeit so wieder sehr hin und her und weiß ich nicht, also, da hättest du auch kippen können, wenn, ich glaube, wenn Essen 2-1 machst, dann wird das ein anderes Spiel, äh, klar, am Ende. 2-2 meinst du? Äh, ja, genau, ein 2-2 macht, richtig, ein 2-2 macht, wenn die ein 2-2 macht, dann wird es ein ganz anderes Spiel werden, so steht sehr lange 2-1 und dann in den letzten drei Minuten kommen halt zwei Tore dazu, äh, aber auch Xavi Simmonds, ähm, der ist auch schon wieder voll da, äh, Openda, diese, bei Openda finde ich immer so krass, wenn der anfängt zu laufen, ne, diese ersten Meter, der ist so schnell auf einmal, das ist echt ganz, ganz schwierig, also, Schechko, Openda ergänzen sich eigentlich perfekt, Schechko hast du wirklich so diesen Zielspieler-Typen, der technisch aber auch super fein ist, Bälle festmachen kann, dann kann, dann legt der ab auf, äh, Simmonds zum Beispiel, der nachhüpft und der spielt in die Tiefe für Openda, das sind so, ja, also... Also, Schechko ist ein sehr, sehr krasser Stürmer, ich finde, der hatte letztes Jahr noch gar nicht, äh, konstant gezeigt, was er im Stand ist und vor allem, er ist immer noch sehr jung und wie du es gerade beschrieben hast, du hast nicht so viele, ähm, groß gewachsene Zielspieler, die trotzdem technisch so versiert sind, also, ich glaube, der wird noch richtig krass abgehen in seiner Karriere, aber man kann ja trotzdem mal essen loben, dieses Tor von Safi, ey, dieser, dieser Ball, ja, dieser, ähm, dieser, ähm, dieser nicht gut gefallen hat in diesem ersten Pokalauftritt, war Union Berlin, die haben gegen Greifswalder FC gespielt gehabt, 1-0 gewonnen in der 67, nach dem eingewechselten, äh, Vertesten, der dann das Ding gemacht hat, aber, äh, die haben extrem viel nach vorne versucht, aber teilweise sah das, also, im letzten Drittel wirklich ganz, ganz vogelwild aus, haben das Ding da auch einfach nicht reinbekommen, keine Ahnung, ich bin, kann sich natürlich ja auch alles nur ändern und das Pokalspiel weiß ich, ne, aber das Spiel war für die Verhältnisse viel zu lange offen, es stand so lange 0-0, du dachtest dir, ey, wenn Greifswalder jetzt einmal wirklich ein Konter fährt und die gehen in Führung, meinst du, was da los wäre, ne, äh, ja, und das, obwohl eigentlich Union Berlin, wie gesagt, nach vorne sehr viele Abschlüsse auch hatte, nur auch nochmal so zahlentechnisch, die hatten 30 Abschlüsse, von 30, aber auch viel so, ja, pass auf, drei von 30 Abschlüssen, nur vier aufs Tor, 26 daneben, weißt du, das ist schon crazy, also auch geblockte und so sind dabei, aber, das zeugt halt auch viel so Distanzschuss, Verzweiflungsschuss, etc., ne, ja, also schon wild, aber, es gab ja eigentlich bis hierhin, keine Überraschung, ne, bis zu dir im Zeitpunkt, bis dann Bielefeld, Hannover und das war ja schon so ein Spiel, wo wir beide gesagt haben, boah, das könnte absolut Favoriten rauskegeln und so ist es ja auch gekommen, Bielefeld zu Hause auf der Alm, 2-0 gewonnen gegen Hannover, Hannover hatte ja vorher, hatten wir ja drüber gesprochen, die hatten ja schon gegen Preußen Münster sich schwer getan, den Aufsteiger und jetzt liegen sie hier nach 22 Minuten 2-0 hinten und schaffen es nicht, auswärts im Bielefeld ein Tor zu erzielen, ne. Ja, ohne Fabian Klos übrigens, jetzt, ja, mittlerweile, ne, unterwegs, hatten die dann auch beim Spiel noch gesagt gehabt, Fabian Klos sitzt wahrscheinlich jetzt vorm Sky-Monitor und freut sich, man muss sagen, dass die von Anfang an extrem giftig waren, Bielefeld, die waren einfach wirklich super gut drinne, das hast du auch brutal gemerkt gehabt, haben auch verdient gewonnen, von Hannover kamen da auch zwischenzeitlich zu wenig in dem DFB-Pokalspiel, war das viel zu ausgeglichen, also du hast nicht eigentlich gemerkt, dass Hannover eigentlich auch einer der Aspiranten ist für viele, die oben mitspielen in der 2. Liga, ne. Das war schon, hast du schon diesen Leistungsabfall gemerkt gehabt, hätte ich nicht gedacht, also 2-0 rausgeschmissen, absolut Gratulation an Bielefeld, bin gespannt, wen die auch jetzt als nächstes kriegen. In der Zwischenzeit hat die übrigens auch Dortmund 4-1 gewonnen gegen Phönix Lübeck im ersten offiziellen Auftritt von Nuri Sahin. Ganz anderer Fußball, den die jetzt spielen lassen, bin ich auch sehr gespannt, wie es im DFB-Pokal, äh, in der Bundesliga dann weiterläuft. Waldemar Anton übrigens auch einen krassen Einstand, nach drei Minuten macht er die Führung. Durenville konnte auch ein Tor machen, da ist ja auch, ne, bei Durenville, der war ja auch immer sehr, sehr viel verletzt und so weiter. Ja, hoffen wir, dass der... Ja, letztes Jahr. Ja, genau. Bailo Gitten ist auch sehr interessant, da über den Flügel irgendwie gekommen, Adiemi in die Spitze, viele Tiefenläufe gemacht. Pascal Groß war so ein Denker und Lenker direkt. Süle, anderer Mensch einfach, auch durch seine Abnahme muss man sagen, 10 Kilo hat der ja verloren. Der wirkt viel vitaler, frischer, das ist, äh, manchmal denkt man gar nicht, aber was so Gewicht alles ausmachen kann, ist schon sehr, sehr krass. Also, äh, Respekt natürlich da auch an, äh, Süle, dass der das so selber für sich, weißt du, in Angriff genommen hatte. Aber, auch zu dieser Zeit ein Spiel, worüber wir unbedingt was sagen müssen, ist, Digga, Holstein-Kiel, Alemannia Aachen. Was ein Spiel, ich hab die komplette Schlussphase einzeln Holstein-Kiel mir angemacht, ne? Ja. Weil ich dachte, Junge, was geht denn da ab? Alemannia Aachen erstmal super giftig gewesen, sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Äh, auch wenn Holstein-Kiel gefühlt hatte, äh, durch Maschine in der 16. Minute, war Alemannia Aachen wirklich die ganze Zeit dran, diesen Ausgleich zu machen. Haben die dann auch, in der 28. Minute, das 1-1, in der 60. Minute das 2-1 und jetzt kommt's. Das 2-1 war verdient. Alemannia Aachen war wirklich gut drinne. Klar hat Holstein-Kiel den Ball gehabt, die haben den auch, äh, durch die eigenen Reihen laufen lassen, aber Alemannia Aachen war wirklich extrem giftig, immer wieder Umschaltmomente, immer wieder unangenehm zu bespielen. Und da muss man sagen, Respekt auch an Holstein-Kiel, die haben nämlich in der Schlussphase nochmal richtig Bock bekommen. Die haben richtig geackert, das war wirklich ein Kampf, äh, das war auch ein Luis Holpi, wo wir grad schon bei Denker und Lenker waren, ne? Luis Holpi, absoluter Denker und Lenker, der war so ein Ballverteiler in diesem Spiel. Ist ja auch Ex-Aachener, ne? Der hat ja damals da angefangen. Ja, der war richtig, richtig stark und weißt du, wer mir dann richtig gut gefallen hat? Unser Ex-Werderaner, mein Kumpel, Lasse Rosenboom. Junge, 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 ich hab ihn damals schon mal gelobt gehabt. Golgitta oder was? Doppelpack, Doppelpack als Rechtsverteidiger. Ähm, wir haben den ja damals im Trainingslager schon immer mitgenommen gehabt, bei Werder. Und damals hab ich schon gesagt, das ist ein U-Nationalspieler auch, ähm, der ist wirklich richtig, richtig guter, der braucht nur seine Spielzeit. Ist dann letzte Saison zu Holstein Kiel gegangen, hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die dann um den Aufstieg dreht spielen. Deswegen hat er natürlich wenig Spielzeit bekommen, war eine eingespielte Truppe. Aber kam immer wieder mal rein und jetzt kam er halt eben auch rein und der Junge hatte so Bock, jeder, der das Spiel gesehen hat, der hat so Bock gehabt, dieses Spiel zu drehen, ne? Völlig irre als Außerteidiger. Rennt er da die Linie hoch und runter und dann beim Standard prügelt er sich rein. Das war so ein absolutes Willenstor auch, äh, das 2-2. Das war Tadell aber auch irgendwie schon ein bisschen Leid für Aachen, ne? Ja. So spät und dann noch so ein bisschen Slapstick auch beim letzten Tor, ne? Pass auf, äh, ich glaube, dass, ähm, Lasse da kein Problem mit haben wird, wenn ich das einmal hier vorlese. Ich habe geschrieben gehabt, äh, die Tore nenne ich mal ganz klar Willensstärke. Bei FIFA werden die Controller so gegen die Wand geflogen, hab ich geschrieben, ne? Ja, hat er geschrieben, ha, ja, richtiger Rage-Quiz, dass, ich sag dir, diese Dinger, also das wäre, ich wäre jetzt so ausgerastet, also wenn ihr jetzt, eigentlich auch Aachen-Fank gewesen wäre, aber es sind wirklich so klassische FIFA-Tore irgendwie, also jeder, der schon mal FIFA vor allem, ja, genau, so online gespielt hat, einen Controller hat sich fliegen lassen, kennt das, aber, äh, es war dann halt einfach so diese Willenskraft, ne? Es war wirklich Willenskraft von Holstein Kiel, die dann am Ende nochmal das Ding so gezogen haben, in den letzten Minuten hast du auch gedacht, boah, vielleicht könnt ihr echt nochmal ein drittes fallen. Weil in der deutschen Kiel auch alles nochmal reingeworfen gehabt, von Aachen kam nicht mehr ganz so viel, aber Respekt auch an alle Manja Aachen, die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, ähm, und haben Holstein Kiel da viel abverlangt. Bei Kiel wird's demnach sehr interessant werden, wie die das jetzt in der Bundesliga zeigen, ne? Ja. Ja. Also Marcel Rapp war nicht sehr amused während des Spiels, aber es ist halt dann auch schwer, so deinen Stiefel da durchzuziehen, obwohl sie ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich gut reingekommen sind, aber die Aachener waren so giftig. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt in der dritten Liga in der Saison abschneiden, die haben ja auch ein großes Fanlager, ne? Und ein schönes Stadion. Ja, absolut. Und dann haben wir auch eine kleinere Überraschung gehabt, auch wenn Nürnberg am Ende gewonnen hat. Fast schiefgegangen für Klose. Ja, im Elfmeterschießen, ey, gegen Saarbrücken, wir haben ja vorhin noch über Saarbrücken gesprochen, ne? Oh, wie könnte das sein? Letztes Jahr. Ja, ja, deswegen war schon klar, dass es schwierig wird, unangenehm auch zu bespielen wird, ähm, dass es aber so knapp unter dem Elfmeterschießen du auch rein musst, das ist natürlich dann auch ein Ausrufezeichen. Äh, bei Nürnberg weiß man auch noch nicht so richtig, wie man Nürnberg finden soll, wie man das von Klose finden soll, so ein bisschen noch mitgemischen. Wenn ich dazu denke. Ja, ja. Aber der Kader ist krass, die haben ja jetzt gerade auch noch Justwahn verpflichtet, richtig krasser Transfer für Nürnberg, also da sieht man wirklich, wie Klose anscheinend auch zieht, Knoche, Justwahn, ist schon krass für Nürnberg, äh, muss ich sagen, dass man die bekommt, ähm, aber das Tor von diesem Brünker, das war ja auch, äh, zum Zungenschnalzen, ne? Der hat ja im Fallen quasi einen Seitfallzieher gemacht, richtig schönes Tor, ähm, ja, hat sich lange gezogen, aber Nürnberg hat sich durchgesetzt, fragt am Ende auch keinen Fall. Keiner mehr nach, aber war echt, äh, knapp und, äh, bleibt dabei, Saarbrücken will man eigentlich nicht haben als Gegner. Ne, absolut nicht, also da, da muss man wirklich sagen, äh, parallel hat dann Sandhausen gegen Köln auch echt ein Match abgeliefert, äh, also, anfangs dachte man eigentlich, Köln zieht da alles, alles klar, klare Nummer, so vom Ding her, äh, haben ja auch 2-0 nach 34 Minuten geführt, auch Lindenmeiner wieder getroffen, übrigens auch der junge Julian Pauli getroffen, Da bin ich auch sehr gespannt, was der so für eine Entwicklung im Laufe der Saison macht, könnte so ein versteckter Neuzugang sein, der doch mehr bringt, als man eigentlich vielleicht erst mal dachte in der Innenverteidigung, äh, finde ich wirklich richtig erfrischend, den Jungen einfach. Ja, aber dann kam Sandhausen nochmal richtig rein, äh, ich glaube, im Elfmeter war es dann auch noch, ne, in der neuen 50. Äh, von Sandhausen zum 2-1, und dann hat Sandhausen nochmal echt Vollgas gegeben, ging es sogar in die Verlängerung, Richard Mayer in der 96. macht das 2-2, und dann ging es in der Verlängerung hin und her und hoch und her, da muss ich echt sagen, äh, das ist auch irgendwie fast typisch Köln, ich hab's noch vorher zu einem Kumpel von mir gesagt, ist so, boah, ich weiß nicht, ob Köln so, vielleicht müssen die echt in die Verlängerung, haben vorher noch so ein bisschen drum gespekuliert, und dann auf einmal müssen die wirklich in die Verlängerung, aber 116. Matthias Olsen, ähm, tut da die Kölner befreien, macht das 3-2, ja. Es ist im Endeffekt das Gleiche, das darf dir eigentlich nicht passieren, was ihnen ja auch schon in Elversberg passiert ist, du hast das Spiel im Griff, du hast deine Torchancen, du musst das Spiel auch irgendwann mal beruhigen und zumachen, aber du kriegst es nicht hin, weil gegen Elversberg war ja genau dasselbe, Elversberg war ja gar nicht im Spiel die Woche davor, und dann holst du sie halt zurück und auf einmal wird's für dich schwierig. Ja, total. Ja, und dann kam euer Spiel, 5-1. Warte mal, Regensburg hat noch Bochum rausgehauen. Die sind bei mir danach, aber können wir auch, ja, können wir auch erstmal kurz sagen, Bochum gegen Regensburg, Jan Regensburg gewinnt 1-0. Ich hab ja Jan Regensburg auch in der zweiten Aprognose relativ gut getippt, irgendwie glaube ich auch, dass das funktionieren kann. Jetzt kommen sie sogar im DFB-Pokal weiter, natürlich super bitter für Bochum, aber in einem sehr, sehr ausgeglichenen Spiel. Bochum hat die klaren Spieleanteile gehabt, viel mehr Ballbesitz, trotzdessen war es vom Hin und her und auch im letzten Drittel sehr, sehr ähnlich. Also da kann auch keiner dem anderen irgendwie groß was sagen, es war eigentlich fast ein Spiel auf Augenhöhe, obwohl es eben 1. gegen 2. Liga dann auch war. Trotzdem natürlich auch unangenehm, wenn du in der ersten Runde als Bundesligist auf den 2. Ligist triffst, ist es immer schwierig, auch wenn es ein Aufsteiger ist, trotzdem ist es schwer. Ja, am Ende entscheidet dann Standardtor von Florian Ballas das Spiel mit 1-0. Damit haben wir die erste richtige Überraschung, Bochum raus, Bundesligist raus. Ich bin sowieso mal gespannt bei Bochum, viele Veränderungen bei ihnen, sowohl neuer Trainer mit Zeidler plus auch einiges schwerwiegendere Abgänge, bin ich mal gespannt, wie das jetzt in der neuen Saison dann wird. Aber Glückwunsch an Regensburg, das war auf jeden Fall so eine richtige Überraschung. Absolut. Und dann kam euer Spiel, 5-1. Was sagst du denn so? Ich habe mich gewundert, ich habe mir danach nochmal die Highlights angeguckt, wie der ZDF-Moderator das Spiel gesehen hat, weil wir hatten eigentlich komplette Spielkontrolle, aber wie immer, haben wir jetzt schon dreimal gesehen, Probleme im letzten Drittel, letzter Pass, Konsequenz, Torchancen erarbeiten. Aber hatten eigentlich die komplette Spielkontrolle, haben dann 1-0 geführt, das war dann ein bisschen Kuddelmuddel-Tor von Scherhand und dann dachte ich eigentlich, ja gut, wenn wir jetzt einfach so weiterspielen mit der Ballkontrolle, viel werden wir nicht zulassen von Rostock, dann dürfte es ja kein Problem sein. Dann natürlich dieser krasse Patzer von Gersbeck holt Rostock natürlich zurück, auch die Zuschauer und das Selbstbewusstsein, auch wenn da jetzt trotzdem nicht so unfassbar viel entstanden ist. Das war dann so 30 Minuten ein bisschen Leerlauf, dann mal wieder unser Ibo, unser Supertalent mit einer tollen Einzelleistung, aber ein bisschen zusammen mit Seevolk und das war dann der Dosenöffner. Danach, ich weiß nicht so richtig, wie Rostock sich das vorgestellt hat, haben die sich so hoch positioniert, also das war ja tödlich, weil wenn du dann so eine Spieler, wie wir ja haben, mit Karbovnik, mit Tempo und Winkler, dich dann so hoch positionierst als Drittligist, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Eigentor und dann haben wir es halt eiskalt ausgespielt und die Chancen dann eben auch, wie es eine überklassige Mannschaft auch machen sollte, genutzt. Im Ergebnis vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber das ist ja oft so ein Pokal dann, wenn die Mannschaft mit mehr individueller Qualität dann eben zu den Chancen kommt. Da hatte sich dann Rostock ein bisschen aufgegeben, aber nach der zweiten Halbzeit in Hamburg, jetzt werden wir sehen, wie es gegen Regensburg läuft, dann muss Hertha so weitermachen, macht das Lust auf mehr, auch diese Spielweise und man sieht, finde ich, schon eine Entwicklung, auch wenn es jetzt gegen Drittligisten war, kannst du trotzdem stolpern. Das ist ja das Gleiche, was du gerade gesagt hast, als Erstligist gegen Zweitligisten und wenn dann unsere Verletzten, unsere Langzeitverletzten wiederkommen, Couissant, Sessa und Rehse, dann bin ich da sehr, sehr guter Dinge und wahrscheinlich kommt ja sogar noch ein Spieler dazu. Würde ich mich für euch auf jeden Fall freuen. Gut, dass aber auch Maser so funktioniert mit seinen jungen Jahren. Wir hatten ja schon im letzten Zweitligaspiel, hatten wir ja schon über den gesprochen gehabt. Der war ja auch im Mittelfeld vor allem, eigentlich ging alles da über den im letzten Spiel. Der ist unglaublich. Ich habe das ja schon vor zwei Jahren gesagt oder ich habe letztes Jahr einer Prognose gesagt, wo ich noch nicht wusste, dass er so schwer verletzt ist. Habe ich ihm eigentlich die Rolle von Jan Usun gegeben für die Saison, für die Liga, dass er dieser Breakout-Spieler wird. Dann wird das halt dieses Jahr, wenn er hoffentlich verletzungsfrei bleibt und bleibt. Ich hoffe, dass wir jetzt bald mal endlich mit ihm verlängern. Aber er ist ein unfassbar toller Spieler und auch ein sehr, sehr sympathischer junger Mann, der sehr auf dem Boden geblieben ist. Ganz, ganz toller Spieler. Ich finde ihn auch wirklich sehr, sehr gut. Es ist aber auch wichtig, dass du so Spieler hast, die sich auch sowas zutrauen. Das ist ja auch so ein Ding, weißt du, da kannst du noch so talentiert sein, wenn du dann so schüchtern auf dem Platz bist, das ist scheiße. Da traut sich aber auch einiges zu, weil es steht halt dann 1-1, nachdem Bericht er da getroffen hat und stellt dir dann, da kann so ein Spiel so schnell kippen. Deswegen, da ist es halt wichtig, dass du dann ruhig bleibst, dass du diese Ruhe bewahrst und konzentriert weiterspielst. Und wenn du dann natürlich so ein Spieler hast wie Maser, dann bringt dir das natürlich auch viel. Und dann bin ich auch voll bei dir nach dem 2-1, dann schießt du dir ein Eigentor, dann verkohlst du dich, glaube ich, auch was bei Hansa Rostock. Auch wie du stehst, wie hoch du die Spieler positionierst. Die Lücken sind zu groß, auch zwischen den Spielern. Und wenn du da dann natürlich reinspielst, wird es natürlich super gefährlich für die eigene Mannschaft. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, die Idee dabei. Aber ist ja gut für euch dann vor allen Dingen und dann auch sehr präzise von euch zu Ende gespielt. Das ist ja auch wichtig, dass man da dann nicht so dieses Gas runternimmt. Und das passiert ja auch bei vielen dann. Und dann fängst du dir auf einmal wieder ein. Dann hast du den Salat. Aber so 5-1 weiterkommen. Hast du einen Wunschschluss, wenn wir jetzt gerade mal bei Hertha sind? Hast du irgendeinen Wunschschluss? Also ich würde gerne ein Heimspiel haben, auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt nicht gleich so ein Top-Team. Auch wenn es natürlich Spaß machen würde. Aber ich möchte schon einen Gegner haben, entweder einen Zweitligisten oder irgendwie einen Erstligisten, wo man sagt, könnte vielleicht funktionieren. Also mir ist einfach wichtig, dass wir weiterkommen. Auch ins Achtelfinale kommt danach. Ins Achtelfinale und auch nochmal ein bisschen Geld mitnehmen. Das ist mir das Wichtigste. Aber Heimspiel wäre natürlich ein Traum. Ja, also Heimspiel bin ich auch komplett dabei. Hoffe ich auch bei Bremen. Aber da sage ich dann gleich noch was zu. Wir gehen als nächstes zu... Gehen wir in den Sonntag oder gehen wir in den Supercup? Ne, wir machen erstmal DFB-Pokal. Ja, ne, dachte ich auch. Ja, dann gehen wir in den Sonntag. 3-1 gewinnt Darmstadt. Standesgemäß 3-1 gewonnen. Können wir noch kurz sagen, das hattest du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Paderborn hat 4-0 gewonnen gegen Bremer SV und Augsburg 4-1 gegen Viktoria Berlin. Ja. Sagen wir noch kurz dazu, war beides souverän. So, Darmstadt gegen Ottensen 3-1. Erster Pflichtspiel-Sieg für Darmstadt dieses Jahr. Bei mir sind die danach... Ich habe voll die andere Reihenfolge, wie du es hier gerade wieder... Bei mir kommt danach Bremer SV und Düsseldorf. Aber ist nicht schlimm. 3-1 gewinnt Darmstadt. 7-0 Elversberg. Das war echt auch ein Brett. 7-0 ist auf jeden Fall ein ordentliches Ausrufezeichen. Das 4-0 von Paderborn hast du gerade schon angesprochen. Du hast ja auch erwartet, ne? Hatten wir vorhin darüber gesprochen. Paderborn sehr souverän. Düsseldorf sehr bedenklich. Das ist eigentlich mein Stopp sozusagen bei diesen drei Spielen hier. Vier Spielen. Dynamo gewinnt 2-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Das war tatsächlich nicht so gut. Da muss man auch sagen, offensiv von Düsseldorf. Eieiei. Da ging gar nicht mal so viel. Beziehungsweise vor allen Dingen im letzten Drittel. Dann hat es oft gehappert. Dynamo Dresden mit viel, viel mehr Kontersituationen. Viel, viel mehr Abschlüsse. 27 Abschlüsse. 5 aufs Tor zu 13. Und aber ebenfalls 5 aufs Tor. Muss man fairerweise zumindest sagen. Ja, das war... Ich war wirklich überrascht. Ich dachte, ey, Düsseldorf ist doch eigentlich ganz gut auch in die Liga gekommen. Die werden das schon ziehen irgendwie. Aber nee. Vor allen Dingen offensiv hat was gefehlt. Da haben Düsseldorf übrigens jetzt David Kownazki verpflichtet. Ja. Von Werder Bremen. Per Laie erstmal. Aber mit einer Kaufoption. Werder ist wohl beim Gehalt mächtig entgegengekommen. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Muss man jetzt... Ja, mal gucken, ob der die... Genau. Wie gesagt, er kennt ja Düsseldorf. Sie kennen ihn. Mal gucken, ob der so ein bisschen auch... War ja auch Pech mit der Verletzung da vom Petschinovic. Aber Dresden kann man nur loben. Aber es ist auch ein schweres Los in Dresden zu spielen. Muss man wirklich so sagen. Mit dieser krassen Euphorie der Fans dann. Das ist so ein Hexenkessel. Wenn du dann noch zurückliegst und die Mannschaft... Das ist ja so eine Wechselwirkung. So einen Push kriegt. Und Dresden hat für meine Begriffe jetzt auch einen sehr interessanten Trainer. Die haben ja den Ex-Freiburg-2-Trainer bekommen. Der eben die Chance nicht bekommen hat. Thomas Stamm. Und mit vielen eigentlich in Verbindung gebracht wurde. Hatte er nicht die Chance bekommen in Freiburg. Da wurde es Schuster. Hatte er eine krasse Zeit mit Freiburg-2 auch. Wo ja auch viele dieser Spieler von Freiburg-2... Die sind ja jetzt alle richtige Profis geworden. In 2. und 1. Liga. Wie Engelhardt, euer Ex-Spieler. Der jetzt ja dann auch bei Düsseldorf gelandet ist zum Beispiel. Also ich bin gespannt, was da in Dresden passiert. Ist ja auch Aufstiegsaspirant. Sehr, sehr respektabel. Die Leistung auch. Das war jetzt nicht nur Kampf. Nee, absolut. Also deswegen ja auch Dresden. Gratulation. Wenn man gegen Dresden... Also ich würde gerne... Ich hätte gar kein Problem, noch gegen Dresden zu spielen. Aber dann gerne zu Hause. Das wäre ganz geil. Ja, das geht ja nicht. Ja. Wird nächste Runde ja wieder... Genau, ab Dritte halt geht es dann. Ja. Aber das ist ja das, was ich meine. Das wäre dann schön. Aber gut, schauen wir mal. Ich glaube, dass trotzdessen gibt es auch schwierigere Lose. Düsseldorf, unglücklich. Bin mal gespannt, wie die das jetzt in der Liga... Ob das so praktisch direkt wettgemacht wird. Oder ob man es so ein bisschen merkt. Wir hatten aber noch weitere Spiele mit dem KSC. Die haben 5-0 gewonnen bei den Sportfreunden Locken. Auf so vorsehen. Sehr, sehr stark. Hamburg, Digga, Hamburg. 7-1. 7-1 und Davi Selke trifft. Das müssen wir hier. Aber da muss man wirklich sagen, da war fast jeder Schuss aufs Tor irgendwie auch drin. Beim HSV. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber ja, also das war schon heftig, gerade am Anfang. Da gab es gar nicht so viele Chancen. Wo man auch so denkt, naja, das ist dann auch vielleicht die Qualität. Also der Schuss von Frey. Schön, ja. Also unhaltbar finde ich den nicht. Auch der Freistoß von Murheim in die Torwart-Ecke und so. Das war dann natürlich der Breakout. Aber ist krass. Bei Hamburg haben jetzt Selke und Glatze ja beide getroffen. In dem Spiel. Plus noch Balde. Der junge Mann hat auch noch sich in die Torschützenliste eintragen können. Also ich glaube, das bringt dem HSV auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen. Aber auch ganz schön für Meppen, dass die wenigstens noch den Ehrentreffer am 90. erzielen konnten. Das auf jeden Fall. Aber sehr, sehr überzeugend mit einem 7-1 natürlich. Ja, definitiv. Dann Offenbach schafft tatsächlich mal wieder was. Und zwar Magdeburg rauszuschmeißen. Ich habe es aber gesagt. In Offenbach ist ganz, ganz unangenehm. Ja, da warst du wahrscheinlich auch ein bisschen traurig. Ich kann mir vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich für Offenbach gefreut. Und ich habe mich für Offenbach gefreut. Also ich habe ja vorher gesagt, Offenbach hat ja auch immer generell, auch in der vierten Liga, immer einen sehr, sehr guten Zuschauerschnitt und so weiter. Also da hast du ja was im Stadion am Biberer Berg, hast du ja wirklich eine Fanbase auch hinter dir. Also hat mich gefreut. Wieder eine. Aber es ist krass, eigentlich sind alle Überraschungen Zweitligisten, wo Zweitligisten rausgeflogen sind. Obwohl man ja denken würde, na gut, die müssten ja schon besser. Ja, Bochum noch. Aber ansonsten hatten wir Düsseldorf und Bielefeld und jetzt Magdeburg. Hannover? Ja, Bielefeld war ja Hannover, meine ich ja. Also das heißt, die Mannschaften, die ja eigentlich schon zwei Pflichtspiele hinter sich haben, die scheitern jetzt. Ja, ist schon krass. Koblenz war auch übrigens ganz gut dabei, beziehungsweise Wolfsburg war ganz schön schlecht dabei. Die haben nur 1-0 gewonnen. Patrick Wimmer in der 15. Minute, das Witzige dabei ist, bei diesem 1-0, von Wimmer der Torschuss... Hätte ja nicht mal zählen dürfen, oder? Noch krasser ist ja, von Wimmer der Torschuss war der einzige Schuss aufs Tor von Wolfsburg in 90 Minuten gegen Tusk Koblenz. Und hätte nicht zählen müssen, weil es gab ja noch diese... Ecke hätte nicht... Ja, genau. Und später auch noch diese Rot-Diskussion, ne? Ja, Mann hat ja Rot bekommen bei Koblenz. Und ich glaube, es hätte irgendwie vielleicht gar keine Rote geben dürfen. Ich habe es gar nicht komplett gesehen gehabt, ich hatte nur diese Zähne. Ich habe es gesehen, aber ich fand auch... Also er geht klar mit gesteckten Beinen rein, aber ich weiß nicht, ob man da direkt glattrot geben muss, fand ich auch sehr hart. Ist schon krass auf jeden Fall. Mir hat Wolfsburg aber nicht gefallen im letzten Drittel. Also es war wirklich da... Die könnten auch einen Neuzugang gebrauchen, meiner nur. Es gibt da viele interessante Spieler für die Wölfe. Ja, dann sollen sie von euch holen. Von uns sollen sie bitte keine Spieler holen, weil dann weiß ich, wen die holen wollen. Ich sage dir, Wolfsburg glaube ich, die werden offensiv nochmal drüber nachdenken, vielleicht was zu machen. Ich glaube, dass sie es sowieso vorhaben. Vielleicht gibt es ja ein paar Wolfsburg-Fans, die es mal schreiben können hier unten rein. Ey, wenn die Masa oder Rezo holen, dann fahre ich selber nach Wolfsburg mit dem ICE und... Pinkel auf dem Platz, Alter. Und verhindere das, ja, ja. Ja, ich verhindere das, ja. Also ich bin mir auch fast sicher, dass die da nochmal aktiv werden. Die haben ja auch das nötige Kleingeld. Ja, das haben sie sowieso. Selbst ohne Kleingeld machen sie das. Frankfurt hat 4-1 gegen Braunschweig gewonnen, auch standesgemäß souverän. Vor allen Dingen so von 50. bis 60. Ja, ja, genau. Da gab es einmal richtig, richtig Alarm. Ikitiki-Show, 56. und 61. Doppelpark von ihm. Das ist ein richtig geiler Spieler. Wir haben uns ja letztes Jahr schon über ihn gefreut. Und ich glaube jetzt, wo er dieses halbe Jahr Anlaufzeit hat, ich glaube dieses Jahr wird er komplett explodieren. Der wird komplett explodieren, glaube ich. Also da bin ich mir fast sicher. Preußen, Münster, Stuttgart und Jena, Leverkusen spielen ja nächste Woche dann Dienstag, Mittwoch. Das letzte Spiel war dann, oder das vorletzte war dann Cottbus gegen Werder. 3-1 ausgegangen das Ganze. War auch eine sehr eindeutige Sache, sieht man auch hier. 27 Schüsse, 10 aufs Tor zu 8 und 3. Und man muss auch sagen, die erste Halbzeit war wahrscheinlich einer der besten ersten Halbzeiten, die ich von Werder je im Pokal gesehen habe. Von Anfang an da gewesen, wirklich, das, was du jetzt am meisten eher kritisieren können, war die Chancenverwertung. Du hast eigentlich drei, vier, fünf Hochkaräter gehört. Allein Stay hätte den einmachen müssen aus zwei Metern. Durch hätte einen machen müssen oder auch rüberlegen müssen auf Stay. Läuft da aufs Tor zu, muss er eigentlich spielen. Aber auch ein überragender Keke-Top, das war ja echt auch völlig vorgewählt. Das 1-0 schießt der dir rechts oben in den Winkel rein, ganz trocken, gar kein Problem. Das 2-0 fällt nur dadurch, dass Keke-Top auf dem Platz ist, sonst würde das nicht fallen. Dieses aggressive Anlaufverhalten von dem, das könnt ihr übrigens alle auch für die Managerspiele und so weiter, mal beobachten, ich habe noch nie einen Stürmer in so einem Anlaufverhalten die ganze Zeit gesehen. Deswegen war der bei Schalke auch so beliebt, weil der in der Phase, wo viele irgendwie so lustlos wirkten, immer alles, also der war nicht der Goalgetter da, weil er vielleicht auch nicht so viel aufgelegt bekommen hat, aber der war ein krasser Arbeiter gegen den Ball auch. Total, der macht da richtig Alarm und der hat, ich habe gestern ganz oft gesagt, das ist so ein Bubi-Face, aber mit einem Bull-Terrier, weißt du, das ist so ein Typ, vom Körper, das ist ein Bull-Terrier, aber sein Gesicht ist halt so unscheinend. Ja, tolle Abschlüsse auf jeden Fall, macht da drei Buden, Romano Schmid, Weiser auch sehr, sehr stark gewesen. Weil wir gerade drüber gesprochen haben, ich kann es ja mal aus meiner Nicht-Werder-Sicht sagen, weil wir gerade drüber gesprochen haben, weil ich habe es von alleine gesagt, ich fand Dux zum Beispiel nicht gut, nur weil er jetzt an den beiden Toren beteiligt war. Also mir ist es dann teilweise, ja, er hat am Ende diese Assists, aber der ein oder andere Assist ist vielleicht auch gar nicht mal so geplant gewesen. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht oder katastrophal, aber ey, das ist eine Drittligamannschaft und eine schlechte Drittligamannschaft, das muss man mal dazu sagen. Da fand ich, hat mir Keke Top zum Beispiel deutlich besser gefallen, nicht nur wegen seiner drei Tore und er kennt euch ja auch noch, er ist ja aus eurer Jugend. Ja, ja, er war nur zwei Jahre jetzt recht sozusagen. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler, könnte sehr gut zu euch passen und ihr habt ja auch noch einiges auf der Bank. Also falls Dux jetzt wirklich, du bietest ihn ja schon quasi bei Wolfsburg an, falls er jetzt den Verein noch verlassen würde. Also an eurer Stelle, wenn ihr Geld für den kriegt, ich würde es machen. Nicht, weil ich ihn jetzt schlecht finde, aber jetzt könnt ihr halt nochmal Geld machen. Ich glaube, man muss das einfach ganz realistisch auch betrachten. Dux wird 31 Jahre, hat gerade einen Markt für 9 Millionen, vertragt nur noch zwei Jahre. Wenn du nochmal Geld machen kannst, was dir auch schmeckt, dann jetzt, nächstes Jahr, wirst du es aller Voraussicht nach nicht kriegen. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, bei Völku auch. Das war eine ganz andere Situation. Die wird es bei Dux aller Voraussicht nach so nicht geben. Das heißt, wenn du wirklich Kohle machen willst, musst du jetzt. Und ich glaube, du hast halt auch den Unterschied gemerkt, wenn ein Dux zum Beispiel abschließt, und das waren zwei, drei echt schlechte Abschlüsse in der ersten Halbzeit, oder dann Keketopp als Vollblutstürmer. Das, was Gesundheit, das, was bei Dux eben besser ist, und das hat man auch gemerkt, er spielt halt um einen Stürmer rum wesentlich besser als als Zielspielerstürmer. Wenn er als Zielspielerstürmer agiert, das funktioniert einfach nicht, weil er kein Zielspielerstürmer ist, hat auch keinen guten Expected Goals im letzten Drittel. Das ist halt, ja. Aber da haben wir halt Keketopp, und ich kann mir vorstellen, wenn Dux am Ende doch bleiben sollte, dass er unter Keketopp in dieser Verbindung nochmal wirklich richtig aufblühen könnte. Aber ich... Kann man jetzt nicht vergleichen, aber ist ja dann wieder so ein Spielertyp wie Phil Krug. Richtig. Deswegen, zehn Tage sind noch, Transferfenster. Ich glaube wirklich trotzdem, dass er geht. Es gab übrigens auch heute wieder Gerüchte mit Trabzanspor. Auch jetzt fangen wieder die türkischen an. Da bin ich auch wieder super gespannt. Die gehen ja auch ein bisschen länger, glaube ich, als bis zum 30.8. Ja, das weiß ich sogar nicht. Das ist ja meistens länger offen, das türkische Transferfenster. Ja, auf jeden Fall hat Cottbus noch... Quatsch Cottbus. Doch, Energie Cottbus in der 70. Minute das schönste Tor, glaube ich, gemacht. Junge, was war das denn für ein Freistoß, Alter? Und weißt du, was auch witzig ist? Wieder ein Ex-Bremer, ne? Henry Röhrig. Ja, wir uns treffen... Ex-Bremer treffen immer gegen uns. Der war vier Jahre in der Werder-Jugend. Und der macht dann... Aber krasser Freistoß, Alter. Den schießt ja gefühlt einmal in seinem Leben so. Also jetzt übertrieben gesagt natürlich. Also bitte. Okay, einmal... So ein Röhrig-Bashing. Einmal vielleicht im Jahr schießt der so einen Freistoß so rein. Das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Gratulation natürlich, ne? Echt toll. Klappt da noch eine rote Karte. Ähm, an den, äh, Hai-Rula. Äh, der geht da mit gestrecktem Bein raus. Ich muss sagen, ich glaube, die Situation sah brutal aus, als sie eigentlich war. Glaube ich auch. Ich habe auch im Spiel schon gesagt, davor wurde ich in meinem Chat ein bisschen, äh, äh, ja, die haben es anders gesehen, sagen wir mal so. Äh, weil ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es direkt rot war, weil er trifft tatsächlich schon den Ball. Es ist auch der Kampf um den Ball, ne? Genau, und danach halt so Zetaka, ja, äh, der geht mit dem Fuß so voraus, aber ich finde es schwierig... Du kannst ja nicht mehr zurückziehen. Genau, es ist, ich finde es wirklich schwierig, ich finde es unnötig, dass er so reinspringt. Viel zu dolle, viel zu übertrieben, muss er nicht, ne? Hätte aber auch damit leben können, wenn das gelb gewesen wäre jetzt zum Beispiel, ne? Äh, aber, ja, er hat am Ende auch keinen Unterschied gemacht, muss man sagen. Ist gefährliches Spiel natürlich, muss man sagen, ne? Äh, aber wir kennen das in der Dynamik, äh, wenn du unbedingt an den Ball willst, der Torwart rennt raus, kann es passieren, aber er kann natürlich trotzdem ein bisschen mehr zurückziehen und muss nicht komplett durchziehen. Ja, und dann sind wir beim DFB-Pokal fertig, gehen zum Supercup. Erster Neunter ist übrigens DFB-Pokal-Auslosung wieder. Schauen wir mal, wer da gegen wen trifft und dann haben wir ein Supercup-Spiel gehabt, der Superart... Eigentlich bin ich gar nicht so ein Supercup-Fan, ich gucke mir das normalerweise auch gar nicht so an, aber was war, also Stuttgart gegen Leverkusen, das bleibt dabei, das muss man sich immer angucken. Das ist, finde ich, so ein bisschen das neue Dortmund gegen Bayern, äh, im übertragenen Sinne. Oder was damals dann auch Bremen gegen Bayern zum Beispiel war, es gab ja immer so spannende Duelle oben und das ist jetzt Leverkusen gegen Stuttgart, das ist so aufgeladen jetzt. Das Geile ist, weil die auch sich alle so Sprüche so drücken, die pushen sich selber so hoch, dass das, das kann richtig zu einem Derby werden, also es kann ein richtiges, so Gipfeltreffen immer wieder werden, das ist ja super geil. Der Südgipfel. Ja, irgendwie ist das, also ich finde, das macht richtig Bock, einfach Süd-West-Gipfel. Stuttgart, muss ich sagen, Leverkusen erstmal komische Aufstellung am Anfang, dachte ich, oh, okay, Schotter-Donner, ein paar Spieler, schauen wir mal, wie es wird, ne? Äh, ey, nach elf Minuten zwar die Führung, aber Stuttgart in der ersten Halbzeit finde ich persönlich deutlich besser gewesen. Viel bessere Ballstafetten gehabt, ähm, wirklich tolle Ballbesitzphasen, immer Lösungen gefunden, ein-, zweimal vielleicht noch ein bisschen nervös gewesen, brauchten so ein bisschen dann, aber ganz klar für mich die bessere Mannschaft gewesen Stuttgarts. Äh, bei Leverkusen fand ich sehr, sehr interessant diesen Garcia, diesen Alex Garcia, ähm, das, da bin ich auch mal gespannt, wie das so im Laufe der Saison wird, auch mit Frimpong, Rimaldo Garcia und so weiter, das kann schon verrückt werden auch. Ähm, dann eine völlig bescheuerte rote Karte von Therrier, äh, der Neuzugang von Leverkusen, ja, doof gelaufen für ihn. Zweite Halbzeit, Stuttgart, so geil, ne? Undaf, du siehst schon die ganze Zeit, der ist am Kribbeln, weißt du, der war richtig heiß, der wollte unbedingt rein. Er kommt rein, mit Krätzig, Krätzig tankt sich über links durch, bringt den Ball rein. Ich glaube, Undaf war 30 Sekunden auf dem Feld und hat einen Ballkontakt gehabt zu seinem Tor. So, völlig irre, also wirklich, macht das 2-1, bis hierhin, hochverdiente Führung für Stuttgart. Ich dachte, da rückelt gar nichts mehr dran, Stuttgart war klar besser, Leverkusen hatte auch Spielanteile gehabt, Leverkusen hatte auch ihre Chancen gehabt, ist ja klar, ist halt ein geiles Spiel auch, ne? Aber Stuttgart die bessere Mannschaft und dann finde ich Fehler. Entschlussphase und Leverkusen. Genau, ja, und Fehler Stuttgart. Anstatt aufs Dritte zu gehen, das kennen wir alle, anstatt aufs Dritte zu gehen, hat man den Gegner ein bisschen mehr kommen lassen. Vor allem nicht gegen Leverkusen. Ja, vor allen Dingen, ey, Leverkusen im Ballbesitz, weißt du doch, dass die sich immer stärker spielen, weißt du? Auch da mit der Einwechslung von Würz und so weiter, auch von Pong, die haben ja sogar noch das Ding erliegen lassen, die hätten ja sogar das Ding sogar noch klar machen können. Machen dann in der 88. Minute durch, schickt das Tor, das lag so krass in der Luft, die Endphase gehörte komplett Leverkusen, die waren so am Drücker, hätten dann ja sogar noch fast die Entscheidung gemacht. Also, das war dann Schlussphase, typisch Leverkusen gehörte auch Leverkusen, aber... Ja, aber trotzdem auch zwischenzeitlich, klar, sie hatten einmal mehr, aber nach diesen ganzen Abgängen, als man dann gesehen hat, wie der Spielstil von Sebastian Hoeneß trotz dieser vielen Transfers einfach durchgezogen wird, diese Positionierung, dieses Direktpassspiel, also das war gerade auch in der zweiten Halbzeit, da gab es so ein paar Sequenzen, wo ich so dachte, boah, spielen die einen Fußball, Wahnsinn. Das ist völlig, oh, und da gab es jetzt auch vom Hitzlsperger so ein Interview, wo er darüber geredet hat, was eigentlich die Wirkung in der Transferphase, wie sehr das unterschätzt wird, was du für einen Trainer hast und wie sehr du eigentlich in dieses Trainerscouting gehen müsstest. Und er hat dann auch gesagt gehabt, die Vorbereitung letztes Jahr von Stuttgart, wo die zwischenzeitlich 6-1 irgendwie noch verloren hatten, richtig, richtig schlecht unterwegs waren in der Vorbereitung und dann so in die Saison starten, verlieren dann noch Endo verschiedene Leistungsträger, Sosa, und spielen dann die Saison ihres Lebens. Warum? Weil einfach ein Trainer da eine Idee und ein gutes Konzept hat und hat da, müsst ihr euch mal angucken, das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wir da ja auch oftmals sagen, das haben ja viele Vereine auch, wir brauchen da und da und da Spieler, stimmt auch, also du brauchst ja auch Verstärkungen, aber du brauchst halt auch einen Trainer, der eine gewisse Idee hat, sonst kannst du, egal wen du da holst, es wird nichts bringen. Der hat ja ganz Stuttgart besser gemacht, also Mittelstädt. Ja, jeden Spieler. Ja, Mittelstädt ist immer für mich so ein Paradebeispiel, weil der bei euch zweite Liga aussortiert eigentlich, also ihr hättet den noch genommen, aber wie viele Angebote hatte der denn? Weißt du, kaum. Oder auch Stiller, also der war ja eigentlich auch bei Hoffenheim aussortiert. Ja, das sind Spieler, die sind so aufgeblüht, der hätte niemand rechnen können und das ist wirklich der Dank von Hoeneß. Muss man sagen, auch Mio hat der zehnmal besser gemacht, also er hat wirklich Spieler besser gemacht und das können nicht viele Trainer. Aber Elfmeterschießen verloren und ich habe es so gesehen an Silas, ich wusste so krass, dass er den verschießt. Ich sehe nur so sein Gesicht und ich dachte mir, der ist ein sehr, sehr guter Kicker, aber irgendwie ist er auch manchmal so ein bisschen flatterig und dann verschießt er den auch, wie man ihn halt verschießen kann, komplett rüber. Ja, ja, das ist ganz, ganz bitter gewesen. Die haben ja zwei verschossen, ne? Kretzig, glaube ich, war der andere, ne? Kretzig hat noch einen verschossen, ja. Das hat mir auch sowieso richtig leid, weil der war eigentlich richtig gut, als er eingewechselt wurde. Ja, das war wirklich richtig gut. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Steckst du nicht drin, der Meterschießen kann immer alles passieren, 50-50, ne? Das ist halt, Leverkusen natürlich Glückwunsch an der Stelle, holen den ersten Titel der neuen Saison mit Xabi Alonso dann auch. Also starten direkt wieder mit dem Titel. Der dritte Titel jetzt. Und wieder mit einem späten Sieg, ne? Ja, und der dritte Titel für Xabi Alonso jetzt, seitdem er Leverkusen übernommen hat. Auch krass, muss man ja auch sagen. Das Spiel zeigt aber auch einfach, das macht so Bock auf die Saison, weil da halt wirklich zwei Mannschaften spielen, die hundertprozentig oben mitspielen werden. Interessant wird eben nur diese Dreifachbelastung werden, aber ja, das war einfach wirklich richtig, richtig stark. Hat richtig Bock gemacht zu gucken. Eins der besten Spiele wahrscheinlich von der Saison. Ja. Absolut. Ja, dann gerne mal eure Meinung zum DFB-Pokal und Supercup in die Kommentare. Nächste Woche, oder diese Woche startet endlich die Bundesliga. Das heißt, nächste Woche gibt es auch wieder einen Bundesliga-Rückblick. Und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn ich heute alles schaffe nach meiner Arbeit, morgen zu unserer Bundesliga-Prognose. So sieht es aus, meine Freunde. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen und dann ciao, ciao. Ciao, ciao.